Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich leg des Morgens nur ein Ei und nachmittags wär ich frei. Wenn du Nachmittag sagst, musst du auch Vormittag sagen. Was hab ich denn gesagt? Du sagst Morgens. Wenn er morgens sein Ei legt, dann ist der Vormittag sowieso ich. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich aber froh. Kein Mensch widerspricht. Ich wollt, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei.